Mann! Mann! Ist ein bisschen höher. Mann! Ah, da seh ich schon einen. Da steht einer. Ah, okay. Er ist ja in dem Busch. Da hinten. Ich hab ihn getroffen, aber er fällt nicht um. Was ist da los? Oh, rechts. Von rechts. Oh. Der eine hat von... Und der eine, der weg ist. Ja. Oh, der hat mich umgenietet. Oh, der hat mich gesehen. Pass auf, sein Kumpel noch. Von der anderen Seite. Ah, was soll ich machen? Oh, rechts schießt auch noch einer. Da hinten, ja. Also von mir aus... Mir ist es egal, wenn ich sterbe. Aber nicht, dass du dann alleine wegen mir noch mit rauf gehst. Nein, ich hätte damit nicht gerechnet. Ich hab gedacht, die verkaufen das, äh, hauptsächlich übers Internet. Ja, ja. Hätte ich auch. Ich hab's auch noch nie so gesehen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hab... auch schon seitdem ich mir bei Steam Spiele hole, nie wieder großartig im Laden nach Computerspielen geguckt. Ja. Das letzte Mal war ich extrem angefressen. Da hab ich mir, äh, Watch Dogs 2 hab ich mir... Ja. Das war in einem... In der Nähe... Bei einem Elektroladen war das im Angebot. Dann hab ich's da billiger bekommen, als überall anders im Internet. Ja. Hab's mir da gekauft. Und daheim ausgepackt. Es waren vier DVDs. Eine nach Tata eingelegt. Und... Dann bei der vierten stand... Das restliche Spiel wird jetzt ja runtergelassen. Ach du Kacker. Und dann denk ich mir so, alter Jungs, sollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja. Ja. Ihr packt da fünf DVDs. Auf ne DVD geben ja auch... 8 GB ungefähr. Mhm. Dann... musste... Also nochmal so, glaub ich, ein Drittel des Spiels oder so runtergeladen werden. Und dann nochmal die neuesten Patchs und so. Und da hab ich gedacht, alter... Wenn das so ist, Jungs, dann... Brauchten wir kein Spiel mehr zu kaufen. Ja, das stimmt. Entweder... Entweder ihr packt sie auf 10 CDs. Oder ihr... Mit gleichem Download Link gehen. Mann! Mann! Ist ein bisschen höher. Mann! Sämtliche... Sämtliche... Sämtliche Messer geworfen. Eins ist noch hier hinten. Ja. Ja, liegt da auch noch eins. So, ist ja schön. Ah, da liegt da auch noch eins. So viel hatte ich gar nicht. Jetzt hab ich mehr als ich... Vorsicht, Raben! Ja. Ja. Ja, was wollte ich... Aber... Ja, Hand. Wenn ich Hand irgendwo mal als... Als verpacktes Spiel sehe, vielleicht noch mit einer schönen Verpackung, würde ich es mir eventuell sagen, einfach nur mal so holen, um es nochmal mit einer Verpackung zu haben. Ja. Genau, das hab ich mir auch gedacht. Das wird bestimmt irgendwann mal nach Rarität. Ja. Das ist nur eine Frage der Zeit. Mhm. Ich hatte ja versucht... Ey, cool. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Das musst du machen, damit... Warte, ich mach das nochmal... Mit den Leuchtsignalen... Aha. Machst du das, damit du dann die Leuchtpistole freischaltest. Ah, okay. Weil du musst ja immer gewisse Waffen mit anderen Waffen freischalten. Mhm. Mhm. Also, auf die Idee wär ich da auch nicht gekommen, die Leuchtfackel auf das... Tier dort zu werfen. Oh, da kannst du auch auf die gepanzerten Werfen, die brennen. Aha. Du musst ein bisschen höher ziehen. Ja. Jetzt auch. Ah, okay. Also, bei den Wurfmessern ist das echt Übungssache. Aha. Ich benutze die sonst nicht so oft. Oh, der hatte die gerade dabei. Mhm. Das war ja einer, den ich rausgeholt hab aus dem Quickplay. Ah. Sonst nehm ich die eigentlich nicht. Ah, da seh ich schon einen. Da steht einer. Ah, okay. Der ist da in dem Gebüsch. Der ist da in dem Gebüsch. Ich kann ja 95 Meter gar nicht schießen. Ja. Der sitzt da im Gebüsch. Du kannst ja beide sitzen da im Gebüsch. Einer ist tot. Mhm. Und sein Mage steht links daneben. Auch beide. Aber da rechts hat einer geschossen. Der hat mitbekommen. Da schießt noch einer. Mhm. Aber ich seh ihn grad nicht. Warte. Der rennt grad weg. Ja. Da hinten. Ich hab ihn getroffen, aber er fällt nicht um. Was ist da los? Mit dem Ding müsste er doch tot sein, oder? Oh. Rechts. Von rechts. Oh. Ich glaub der ist unterhalb der Brücke. Oder auf der Brücke. Ne. Oh, ich häng am Bau. Warte, ich brauch Medipack. Ah. Ich seh den Typen nicht. Der eine hat von... Und der eine, der weg war, ist... Oh, der hat mich umgenietet. Mist. Mit ner Wetterli-Karabiner. Hoffentlich sieht er mich nicht. Oh, Mann. Danke. Oh, schon wieder. Ja, ich seh ihn da. Okay. Ey, ich muss mich kurz zurückziehen. Ja, zieh ihn mal zurück. Ich muss kurz weg. Oh, fuck. Du hast nur noch... Hm. Du hast nur noch einmal stößt, bis sie toben sind. Ja. Haupt... Hauptsache, der fackelt mich jetzt nicht ab. Ah, der ist immer noch dort. Oh, fuck. Der hat mich gesehen, ne? Hm. Pass auf, sein Kumpel noch. Von der anderen Seite. Fuck. Renn zurück. Renn zurück. Renn zurück. Renn zurück. Lass mich liegen. Da, er kommt. Er kommt. Er kommt. Von vorne. Oh, Mann. Was für ein Druck. Oh, Mann. Was für ein Druck. Sehr schön. Das waren doch Feinde scheinbar. Das waren doch Feinde scheinbar. Ja. Danke. 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 Oh, 50 HP. Da vorne schon. Da ist noch einer. Aber zieh dich besser zurück. Ja, was soll ich machen? Oh, rechts schießt auch noch einer. Da hinten, ja. Hast du einen erschossen, oder? Nee, links von dir wurde einer gekillt. Von dir? Nee. Ich seh den rechts nicht. Der ist da ungefähr. Von da hat er mich so abzuknicken. Was sind zwei jetzt? Ja, der kennt gerade mit jemand anderem. Oh, fuck. Weiter links. Noch einer? Was ist da los heute? Ey, wir haben gerade so einen scheiß Spot hier. Und noch 50 HP, Mann. Das ist Mist. Und vor allen Dingen der letzte hat noch einen Treffer und das war's. Dann muss ich dich leider alleine lassen mit den Brüdern. Wir warten jetzt ein Viertel. Ja. Keiner mehr da. Nee, scheint hier zu weiterliegen. Da können wir ja jetzt unsere Typen looten hier. Die wir umgenietet haben. Da drüben liegt einer. Also ich geh nochmal zurück zu dem anderen hier vorne. Den haben wir ja auch noch nicht gelootet. Muss natürlich aufpassen, dass mich keiner erwischt. Na, der war das mit der Viertel-Karabine. Ja. Oder wenn du fast tot bist, können wir auch zum Ausgang gehen und noch mal ein paar Auskillen. Also von... Welche Stufe ist denn genannt? Ist der Stufe 1? Stufe 8. Okay. Ach, das ist egal. Also von mir aus... Mir ist es egal, wenn ich sterbe. Aber nicht, dass du dann alleine wegen mir noch mit drauf gehst. Das... Ich... Du... Du sagst, was wir machen. Also von mir aus können wir bleiben. Oder wenn du sagst raus und wir machen noch ein paar Monster weg, damit du noch ein paar XP mit rausschleppen kannst, dann ist das auch okay. Ja, dann könnte ich meine Sprutflinte noch ein bisschen leppen. Okay. Na dann. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück in den dunklen Bereich. Da wird sich keiner mehr rumtreiben. Ja. Weil das ist auch ein bisschen... Ich finde es ein bisschen sicherer, weil... Du bist wirklich leicht, jetzt zu holen. Und du bist dann... Du bist ja alleine wegen zwei. Ja. Oh fuck. Oh, pass auf, der kommt. Huh. Da. Nein. Er hat mich getötet. Scheiße. Weil noch so ein blöder Zombie auf der Treppe stand. Ah, durch das Fenster. Da hätte ich reinspringen können. Ich habe auch nicht getötet. Oh. Pass auf, die hat eine Fackel. Oh. Na ja, dann machst du jetzt dein Ding. Ist doch nicht schlimm. Ich habe doch 33.000 auf dem Konto. Ah, stimmt. Hm. Ich gehe mal schon eine rauchen, Micha, oder? Ja, kannst du machen. Kann ich dich alleine lassen? Ja. Gut. Passt auf dich auf. Passt auf dich auf. Aber nicht aus dem Spiel schon rausgehen. Also ins Hocken. Keine Ahnung. Ich gucke dann weiter zu. Ja, genau. Hm. Da kriegst du noch das Geld. Meinst du? Ja. Achso. Doch, wenn du drin bleibst. Okay. Gut. Bis gleich. Fünf Minuten. Dann bin ich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Da ist er wieder. Und gerade recht. Danke. Ja, habe ich gerade da Extraction Point geteilt. Weil vor allem bei der Dolch, die ich gerade habe, da ist auf einer Seite, ist glaube ich, äh, Geburtsjahr, ne, äh, also Geburtsdatum und Todesdatum. Und da steht dann auch noch ein Laden mit drüber, dass er einen graviert. Krass. Also, nicht ein cooles Kind. Hm. Hm. Das zählt aber nicht, selbst wenn ich dabei bin. Echt? Hm. Ich habe bloß einen Jäger getötet. Schade. Ja. Ja.